Es ist schon ein ziemliches Ding, dass jemand, dessen Namen man im deutschen Sprachraum nicht einmal wirklich kennt, großspurig ein Buch über seine Kindheit verfasst. Tatsächlich kann sich kaum jemand meinen Namen wirklich merken, auch wenn ich selbst inzwischen recht bekannt bin. Es würde mich zum Beispiel überhaupt nicht wundern, wenn Sie nicht wüssten, wie mein Name eigentlich geschrieben wird. Ach, geben Sie es doch zu. Vermutlich müssen Sie genau in diesem Moment auf der CD nachsehen. Dort angekommen, werden Sie dann etwas perplex feststellen, dass ich eben nicht Harpe Kerpelin, Herpes Ferkeling, Herbert Haleking oder Hete Kerkerdings heiße, sondern schlicht Harpe Kerkeling. Obwohl ich so ja eigentlich auch nicht heiße, tatsächlich ist und war mein Vorname immer Hans Peter, so steht er auch im Pass. Harpe Kerkeling. Tja, wer soll sich diesen knappen skandinavisch anmutenden Vornamen auch schon merken können oder wollen, zumal in Verbindung mit dem besonders auswärtig klingenden Zunahmen, welcher hochdeutsche Ohren vermutlich ans Zuchthaus denken lässt. Abgesehen natürlich von meinen treuesten Fans Dina und Moreen aus Magdeburg, auch so Namen, die immer falsch geschrieben oder schlecht verstanden werden. Welch humoriger kleiner Zufall. HP also. Diese radikale Verstümmelung meines Taufnahmens zu Karrierezwecken war im fernen Jahre 1984 die glorreiche Idee meines ersten Managers Manfred Schmidt. Man hätte mich damals auch auf den Namen Silvio La Palma oder Tino Teufel taufen können. Ich hätte das wahrscheinlich mitgemacht, ganz toll gefunden und mit einem halben Liter klebrig-süßen Prosecco beschwingt darauf angestoßen. Franz Elstner, Uwe Jürgens oder Uli Glas, so hätte ich mich mal nennen sollen. Das sind Namen, die sich ein geneigtes deutsches Publikum wenigstens hätte merken können. Tatsache ist, für manchen Bayern bin ich der Harpe, in Sachsen der Herbe und im Rest der Welt vermutlich der Dings aus dem Ruhrpott. Manche denken auch, ich heiße Hefe. Dazu verkneife ich mir jetzt mal jeden Kommentar zu meiner Figur. Mittlerweile habe ich allerdings meinen Frieden mit meinem zweisilbigen Künstlervornamen gemacht, vor allem seitdem mir meine liebe Freundin Penny MacLean, ihres Zeichens Welt- und Popstar der späten 1970er Jahre, so wie vor allem auch Numerologin erläutert hat, welch mysteriöse Kraft angeblich hinter dieser Abkürzung steckt. Ohne den Harpe hätte ich ihrer Auffassung nach niemals einen so erfolgreichen Lebensweg beschritten. Har steht demnach für das erleichterte Seufzen des Herzens und, wie kann es anders sein, für ein befreites Lachen. P hingegen steht für Vitalität und Macht, also steht Harpe für ein mächtiges Herz, welches vital lacht. Gar kein schlechtes Bild. Kerkeling hingegen ist niederländisch oder auch niederdeutsch und bedeutet nichts anderes als Kirchling, also jemand, der nahe bei der Kirche, der Kerke lebt, sie auffallend oft in frommer Absicht besucht oder schlicht als Küster arbeitet. Mit meinem Buch »Ich bin dann mal weg« scheine ich der in meinem Nachnamen verankerten religiösen Strebung meiner niederländischen Urahnen schlussendlich brav nachgegeben zu haben und ihr auf angenehme Weise erlegen zu sein. Gleich hier im Vorwort muss ich unumwunden und ganz offen etwas bekennen. Trotz der scheinbar schicksalhaft richtigen Vornamenwahl habe ich dennoch den falschen Beruf gewählt. Definitiv. Was allerdings ein großes Glück war, denn was hätte ich alles für verrückte, erschreckende und schöne Erfahrungen nicht gemacht, wenn ich die Weichen nicht von Anfang an so gänzlich falsch gestellt hätte. Vielleicht merken sich einige auch genau deshalb meinen Namen nicht, weil sie unterschwellig spüren, hey, dieser gemütliche, tapsige Typ passt doch gar nicht ins grelle Rampenlicht. Wie dem auch sei, egal wo in Deutschland ich sitze, liege oder stehe, tue ich das inzwischen als sogenannte »öffentliche Person«. Und das, obwohl ich es eigentlich eher ruhig und beschaulich mag und es mir lieber ist, wenn ich nicht der Mittelpunkt des Geschehens bin. Rote Teppiche finde ich dämlich und unnütz. Call me Mr. Boring. Kunstlicht setzt meinen Augen massiv zu. Mein Augenarzt hat mir mehrfach eindringlich empfohlen, doch besser den Beruf zu wechseln. Fernseh- und Filmproduktionen überstehe ich nur mit verschreibungspflichtigen Augentropfen, die ich mir quasi am Pullenweise in mein Sehorgan eintröpfele, um den beißenden Schmerz auf der geröteten Netzhaut zu lindern. Wenn also auf jemanden die unschöne Titulierung »Rampensau« ver 270. Jetzt kommen die Sprechulein.